Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie TinfoLeak unter Ubuntu oder Linux Mint installieren können. Ich nutze hier Linux Mint, unter Ubuntu ist es aber im Grunde das gleiche. In einem anderen Video haben wir gezeigt, was Sie mit InfoLeak machen können. Natürlich der Link in der Beschreibung. Einige Zuschauer hatten aber Schwierigkeiten bei der Installation, weswegen Sie uns gebeten hatten, das Ganze noch mal nachzuschieben. TinfoLeak habe ich mir jetzt hier schon mal auf den Desktop geladen. Insoweit werde ich das also im ersten Schritt erst mal auspacken. Dazu schiebe ich einfach hier das Ganze in meinen persönlichen Ordner. Ist es jetzt hier drin. Dann kann ich das schließen. Den brauche ich später. Öffnen wir mal ein Terminalfenster und wir öffnen die Softwareverwaltung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich meinte eigentlich die Softwareverwaltung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier suche ich nach PIP. PIP. Abschicken. Python PIP hier sollte gefunden werden. Doppelklick drauf. Dann installieren. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, steht hier installiert und wir können das hier wieder schließen. Danach verschaffe ich mir hier in der Eingabeaufforderung mit sudo s erst mal sudo Rechte. So. Danach cd opt. Ich gehe in das Verzeichnis opt und mit git clone https doppelpunkt doppelslash github.com wird noch twip installiert. Beziehungsweise erst mal kopiert. Müssen wir warten bis das fertig ist. Danach in das Verzeichnis twip, das wir hier gerade angelegt haben und hier python setup.py install. Dann läuft das durch bis twip am ende installiert ist. Im letzten Schritt hier wieder raus und im Ordner tinfo-leak die tinfo-leak.py Datei öffnen. Ihre entsprechenden Daten, die Sie von Twitter erhalten haben. Sie müssen ja hier diesem Link folgen und dann eben Ihren eigenen Key anfordern. Die entsprechenden Daten werden hier also in die Striche eingefügt. Also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Also die zwei Striche rechts und links, die müssen stehen bleiben. So, ich werde jetzt meine Eintragen am Ende abspeichern und schließen. Danach habe ich das Ganze für mich ausführbar gemacht. Also erst mal cd tinfo-leak, crmod plus x. Das müssen Sie aber streng genommen nicht machen. Sie können natürlich die Python-Datei auch anders aufrufen. Also crmod tinfo-leak.py. So, und jetzt kann ich das mit tinfo-leak.py ganz problemlos aufrufen. Also abschicken für die entsprechenden Parameter und dann nochmal hier mit n sempervideo-b, um jetzt einfach mal hier oben das Beispiel zu nehmen. Ansonsten ja die Beispiele aus dem ersten Video. Das ist ja hier nur zum Test. Und hier kommen die entsprechenden Daten. Ist also ganz einfach. Okay. Und hier kommen die Beispiele aus dem ersten Video.